Hallo, herzlich willkommen zu meinem kleinen Video über meinen Verlust bei Shell und warum ich den im September 2020 realisiert habe. Alle Zahlen, alle Fakten. Am Anfang möchte ich noch dazu sagen, dass es sich um keine Anlageberatung handelt. Ihr seid immer verantwortlich für euer eigenes Geld. Ich habe damit nichts zu tun. Denkt immer dran, Geld verlieren ist doof. Also lasst es, macht euch vorher Gedanken drüber, hört nicht auf jeden, rechnet selber nach und guckt, wie ihr euer Geld dann anlegt. Damit ihr auch eine kleine Übersicht habt, was in dem Video vorkommt und ihr könnt dann vielleicht auch die einzelnen Kapitel durchspringen. Als erstes geht es um den Einkauf, den Nachkauf und den realisierten Verlust von Shell. Zweitens die Gründe, warum ich überhaupt verkauft habe. Und als drittes die Berechnung des realen Verlustes. Der unterscheidet sich nämlich vom realisierten Verlust bei mir. Und dann als viertes geht es weiter. Was habe ich denn eigentlich mit der restlichen Kohle so gemacht? Worin habe ich die investiert? Habe ich sie überhaupt ganz investiert? Und als fünftes gucken wir noch ein bisschen andere Meinungen an. Die Aussichten aus meiner Sichtweise für Shell und was vielleicht auch andere YouTuber dazu sagen und was man sich noch anzugucken kann zu dem Thema. Aber jetzt geht es erstmal um den Einkauf, um meinen Nachkauf und um den realisierten Verlust bei Shell. Hier seht ihr die Aufzeichnung aus Portfolio Performance. Und da seht ihr unten im Dip schön gekauft und hinten eigentlich recht gut rausgekommen. Und zwar habe ich am 16. März 40 Stück zu 11,69 Euro 8 gekauft. Und am 23. März 2,07 Stück im Zuge eines Sparplans für 12,2062 Euro bekommen. Naja, wenn ihr jetzt genau hinguckt, dann seht ihr hinten auch gleich den Verkauf. Und der Verkauf ging dann am 17. September über den Tisch. So und am 17. September habe ich eben verkauft 82 Stück zu 11,65 Euro und habe da doch noch ein bisschen Geld rausbekommen. Aber wer jetzt genau hingeschaut hat, dem wird aufgefallen sein, da ist doch irgendwie was anderes. Da stimmt doch was nicht. Der hat doch nur 42 Stück gekauft. Genau und da liegt das Problem. Man sollte also grundsätzlich nur den Statistiken vertrauen, die man selbst gefälscht hat. Wenn man bei Portfolio Performance eben nicht nur ein Jahr betrachtet, sondern eine Dreijahresbetrachtung einstellt, dann sehen wir, dass wir hier irgendwo im Herbst 2020 nochmal einen kleinen grünen Punkt sitzen haben. Und der hat es mir ganz schön besorgt. Und zwar habe ich da nochmal 40 Stück gekauft gehabt zu insgesamt 1.052 Euro, die die nämlich gekostet haben. Und naja, ihr seht schon, da ist ein ordentlicher Unterschied dabei. Da kommen richtige Verluste hier. Also meine Einkäufe insgesamt betragen im September 2019 40 Stück zu 1.052 Euro und im März ungefähr 42 Stück zu insgesamt 500 Euro. Auf die Kommastelle genau kommt es jetzt nicht drauf an. Der Verkauf jedenfalls hat mir für die 82 Stück 949 Euro jetzt im September 2020 gebracht. Und damit habe ich einen realisierten Verlust zu Buche stehen, laut Portfolio Performance von doch knappen 600 Euro. Und bei so einer Position tut es natürlich schon weh. Das ist ganz ordentlich. Also hier seht ihr nochmal die Portfolio Performance Zahlen. Und naja, realisiert ist realisiert. Damit ist es real geworden. Aber jetzt kommen wir zu den Gründen des Verkaufs. Und betrachtet man eben den Chart von Shell, dann sieht man, dass Shell sich in einem aktiven Abwärtstrend befindet, der noch nicht vorbei ist. Und sie sind ja als Ölfirma auch aktuell nicht profitabel. Das muss man ja auch dazu sagen. Und ich hatte im Dip nachgekauft und hatte den perfekt getroffen und selbst diesen Dip wurde jetzt wieder unterschritten. Da muss ich irgendwann mal die Reißleine ziehen und die Verluste realisieren und sagen, jetzt ist es auch genug. Während der Markt gleichzeitig natürlich auch weggerannt ist. Zudem gibt es bei mir ein zweites Problem. Ich habe auch noch irgendwie seit Anfang 2019 100 Gazprom im Depot liegen. Da habe ich nicht nachgekauft. Und ganz ehrlich, ich setze langfristig da eher auf Gazprom als auf Shell. Da kann ja jeder selbst dazu stehen, wie er will. Aber trotzdem ist mir Gazprom da lieber. Die sind auch näher am China-Geschäft dran. Ein weiterer Grund zum Verkauf war eben, dass Shell den Aristokraten-Status hatte. Das heißt, 25 Jahre am Stück mindestens die gleiche oder steigende Dividende gezahlt. Tatsächlich war das so seit dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt in dieser Krise haben die die Dividende um zwei Drittel gekürzt. Auf meinen Einstandspreis ist das dann keinen guten Dividenden-Status mehr wert und auch keine gute Rendite. Und das passt dann einfach nicht mehr in meine Pläne. Das Weitere muss Shell sich jetzt eben als Dickschiff, als großer Konzern komplett neu erfinden. Ich weiß, die haben das schon mal in der Vergangenheit geschafft. Aber jetzt mit ihren erneuerbaren Energien und so weiter und so fort. Ich weiß, die sind dran. Aber warum soll ich dann mein Geld nicht in ein reines, natürliches, neues Start-up stecken, was die Chance auf einen Ten- oder 100-Bagger hat, während Shell da einfach nur seinen alten Kursen hinterher rennt? Naja, und dann hört man eben die ganze Zeit, ja, der Ölpreis wird wieder anziehen und Öl wird wieder teurer und Shell wird dann wieder Geld verdienen. Aber ganz ehrlich, die OPEC, wo ja Shell sozusagen Mitglied ist, ist nicht mehr mal für 40% der Ölproduktion auf der ganzen Erde verantwortlich. Und da können die ihre Ölbohrtürme zumachen und weniger produzieren, wie sie wollen. Letztendlich ist es doch so, dass die dann den Preis damit nicht mehr bestimmen können. Zudem gab es eben noch diese Studie, diese Veröffentlichung von BP, die angesagt haben, dass jetzt Peak-Ölverbrauch langsam erreicht ist und dass landfristig eben der Ölverbrauch sinkt. Und dann in einen fallenden Gesamtmarkt rein zu investieren, ist natürlich schwierig. Shell kann durchaus wieder Geld verdienen und der Ölpreis wird irgendwann auch mal wieder profitabel für Shell sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber der gesamte Markt bricht eben zusammen und in der Masse kann Shell dann nicht mehr die gleiche Kohle wie vorher verdienen. Und deswegen ist es eben auch ein Grund, warum ich raus bin. Und ja, alle sagen dann, aber guckt doch, die US-Produktion ist viel teurer oder sonst irgendwas. Aber was man vergessen wird, ist immer, dass Shell ja viel teurere Produktionskosten hat als die Russen oder die Saudis. Die müssen ja nur einmal den Sand von links nach rechts umschütten und sagen, huch, wir haben Öl gefunden. Ja, und das sind eben die ganzen Gründe, warum ich gesagt habe, jetzt raus aus Shell. Danke, es reicht. Kommen wir jetzt aber mal zur realen Berechnung meines Verlustes. Der stellt sich nämlich ganz anders dar, als hier bei Portfolio Performance. Denn man muss sich ja am Markt messen lassen und nicht irgendwie an eigenen Rendite oder am eigenen Portfolio. Also wir haben hier meine Einkäufe bei Shell im September, 1940 Stück zu 1.052 und dann eben im März nochmal nachgekauft, 42 Stück zu 500 Euro. Das kennen wir ja schon vom Anfang. Und als Vergleichsindex nehmen wir jetzt mal den S&P 500. Der ist ganz gut gelaufen und der ist jetzt auch nicht durch die Decke gegangen wie die Nasdaq oder sonst irgendwas, sondern wir nehmen einfach mal S&P 500 als Markt. Wir können auch MSCI World nehmen oder sonst irgendwas. Ich habe mich halt jetzt mal für den entschieden. So, und der ist eben gestiegen von 3.000 Punkten im September 2019 auf ca. 3.400 Punkte jetzt im September 2020. Also hier dann gleich nochmal die Einblendung. Aktuell 19. September war es irgendwie 3.319 Punkte oder sonst irgendwas. Pi mal Daumen 3.400 Punkte. Die Rechnung hat auch keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit, aber es ist auf jeden Fall eine Näherung. Und was wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist, dass wir den Nachkauf im März richtig berechnen. Weil ich hatte ja da unten im DIP gekauft und vom DIP bis zum heutigen Stand des S&P 500 ist eben nochmal ein Unterschied. Damals im März, wir gucken hier nochmal nach, stand der am 16. März bei 2.386 Punkten. Da habe ich ja die meisten Aktien gekauft gehabt außer dem kleinen Sparplan und den nehmen wir jetzt zur Berechnung dazu. So, jetzt können wir dann auch gleich in die Rechnung reingehen. Wir haben die ersten 40 Stück für 1.052 Euro gekauft. Am Markt hätte es gebracht 11%, also 1.167,72 nach der Zeit. So, und dann die korrekte Rechnung des Nachkaufs. Da haben wir eben nochmal eine Steigerung pro Prozent von 23,86 Punkten umgerechnet auf die 3.400 Punkte. Hätte das eine Steigerung von 42,5% seit März 2020 gegeben und jetzt die Berechnung des Nachkaufs nochmal, also auf die 500 Euro Invest mal 1,425 für die 42,5% Steigerung ergibt ungefähr 712,49 Euro. Wir kommen damit gesamt auf eine Summe von ungefähr 1.880,21, die ich gehabt hätte, hätte ich einfach in den S&P ETF investiert. Demgegenüber steht eben Output Shell, 949 Euro vom Verkauf und die 50 Euro Dividende abzüglich Kosten und so weiter ungefähr. Ich hätte noch jetzt also 1.000 Euro in der Tasche. Das macht einen Unterschied von 880 Euro in Bezug auf den Markt. So, und das ist natürlich jetzt bitter. Also hätte ich jetzt investiert in den einfachen ETF auf dem S&P 500, hätte ich 1.880, so habe ich 1.000 in der Tasche. Das bedeutet für Shell aktuell, dass Shell 88% zulegen müsste, um überhaupt den Markt einzuholen. Und auf den Turnaround möchte ich bei den Geschäftszahlen eben nicht mehr mitspielen. Ich habe also 880 Euro realen Verlust versus die 600 Euro, die im Portfolio Performance ausgegeben wird. Und das ist halt schon ein enormer Unterschied. Naja, und deswegen bin ich raus bei Shell. So, was habe ich denn jetzt aber eigentlich mit dem Geld gemacht, was beim Verkauf von Shell rauskam? Naja, ich habe ein neues Depot bei Trade Republic eröffnet und am gleichen Tag des Verkaufs von Shell kam eben die Nachricht raus, dass Biontech bei mir hier direkt in der Hoben Bias sich ein Werk gekauft hat zur Produktion des eventuellen Impfstoffs, der da kommen soll. Und da ich in der Hoben Bias zumindest immer kleine Positionen halte, um zu beobachten, wie sich hier die Wirtschaft entwickelt und sowas, bin ich da mit 10 Aktien rein und die habe ich zum Stückpreis von 57,74 Euro gekauft. Und gut, die sind jetzt sowieso im Hype und so weiter und so fort. Während Shell jetzt in der Zwischenzeit nochmal 10% nachgegeben hatte und sich jetzt irgendwo bei einer Bodenbildung befindet, ist Biontech einfach irgendwie unglaublich durch die Decke gegangen. Ihr seht hier nochmal den Kauf und jetzt als nächstes dann, wie sich die Preise entwickelt haben. Es ist unglaublich, also ich stehe glaube ich stand heute irgendwie 35% im Plus oder sowas knapp. Man kann da nicht meckern und ich bin damit sehr zufrieden, war aber ein Glücksgriff. Das restliche Geld wird jetzt bei Trade Republic mittels Sparplänen in hoch gehebelte Dividenden Reads investiert. Kann ich keinem empfehlen und so weiter. Ich empfehle ja sowieso nichts, aber das wird erst peu à peu geschehen, weil ich da auch nicht weiß, wie der Markt sich entwickelt. Ich will da eben nur mitspielen, aber da ich nicht vorher in der Lage war, die zu kaufen, über die kommen direkt dank MIFI 2 und jetzt das geht, nehme ich eben diese Chance wahr. Jetzt aber nochmal die Frage geklärt, was sehe ich denn selber für Chancen und Aussichten für Shell in der Zukunft? Und welche anderen Meinungen habe ich denn jetzt gesehen, gelesen, gehört und so weiter? Also als erstes sehe ich für Shell die Zukunft wirklich nicht rosig. Ich denke zwar, dass sie überleben werden und dass sie sich bestimmt auch irgendwie neu erfinden, aber der große Ölmarkt mit den super dicken Margen und den super hohen Dividendenausschüttungen wird eben vorbei sein. Also auch langfristig vorbei sein. Und für mich war damals der Plan, als ich eingestiegen bin bei Shell, naja, die Ölindustrie wird über die Jahrzehnte eben langsam und stetig zurückgehen. Und durch diese hohen Dividenden kriege ich eben noch mein Cashback raus und dann gucken wir mal, ob sie es irgendwie schaffen. Aber jetzt in der aktuellen Lage ist das alles eben zusammengeschrumpft und die Dividenden sind auch gleichzeitig weggefallen. Dann ist also mein Plan geht zumindest nicht mehr auf. Wenn andere Leute andere Pläne haben oder auf den großen Turnaround setzen oder sonst irgendwas, bitte sollen sie machen. Ich drücke jedem Einzelnen wirklich die Daumen. Ich glaube aber nicht mehr dran und ich sehe es eben auch nicht. Zum Beispiel könnt ihr beim Armin vorbeigucken vom Aktienkanal. Der hat ein Video rausgebracht, das nennt sich Shell, geht der Crash weiter. Der hat so ungefähr meine Ansichten. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich das anzugucken. Andere wie Thomas der Sparkajote, der Schweizer Finanz-YouTuber, behält seine Position und wird eventuell die noch weiter ausbauen. Oder Patricks Finanzen, der hat glaube ich sogar noch aktiv Sparpläne drauflaufen. Naja, ich habe ja in dem Bereich auch noch Gazprom. Ich weiß, Gazprom ist nicht Öl, sondern wieder Gas. Aber Shell ist eben auch viel Gas. Und eventuell ist es eine Übergangstechnologie hin zur sauberen Technologie und zur sauberen Energie. Aber auch der Bereich hat eben gelitten und auch da, ich weiß es nicht. Also langfristig wird man sehen, wer Recht hat oder sonst irgendwas. Ich denke nur, mein Geld ist woanders besser aufgehoben. Ich kann bessere Renditen erzielen. Und wenn ich schon sehe, dass der Markt mir auf jeden Fall wegläuft und ich dann trotzdem auf so einen Turnaround-Kandidaten setze, dann wird das langfristig eben nichts. Und da muss ich sagen, war meine Anlageentscheidung eben falsch. Und dann wäre es besser gewesen, ich hätte einfach einen einfachen breiten Markt ETF gekauft und da mein Geld reingesteckt. Ja, das muss man sich dann eben auch eingestehen. Und von dem her, ich würde mich freuen, wenn ihr unten in den Kommentaren eine sachliche Diskussion führt. Gerne auch kritische Anmerkungen dazu oder was ihr anders seht. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann Daumen hoch. Wenn nicht, dann eben das andere. Und von dem her würde ich mich auch freuen, wenn ihr die anderen Videos noch anguckt oder ein Abo da lasst oder sonst was. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag. Immer fette Gewinne und gute Renditen. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao. Ciao.